Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück heute mit unserem ersten richtigen Test mit Jest, beziehungsweise mit React natürlich auch. Ich habe hier mal eine kleine Link-Komponente unten dran gepackt und ja, die App, die läuft ganz fröhlich im Hintergrund weiter, das ist ja das, was wir gebaut hatten. Und ich habe hier diese ganze Komponente mal in einen Link extra ausgelagert, also in eine separate Datei. Die Render-Funktion, klar, die kennen wir schon. Und was wir jetzt auch schon gelernt haben bei dem Jest-Tutorial, was hierfür übrigens jetzt langsam Voraussetzung wird, ist, dass wir hier das Ganze auch am besten in eine Datei namens link.test.tsx packen, weil wir hier natürlich die Link-Komponente testen wollen. Wir bauen Unit-Tests im besten Fall und ja, dementsprechend brauchen wir natürlich hier auch einen Test pro Unit, beziehungsweise für jede Unit separate Test-Files. Nicht nur einen Test, deutlich mehr als einen Test, sondern eigentlich wollen wir ja jeden Zweig testen im besten Fall. Okay, jetzt, was machen wir? Also was wir erstmal brauchen hier, das brauchen wir eigentlich wahrscheinlich nicht mal unbedingt, aber wir brauchen als erstes mal eine Funktion. Und wir kennen uns da schon ein bisschen aus. Wir kennen ja schon die Describe-Funktion, die wir quasi hier verwenden können. Wir können jetzt hier aber auch ganz einfach hergehen und die BeforeEach-Funktion aufrufen. Also BeforeEach, das kennen wir aus dem ganzen Jest-Tutorial. Wir bauen uns eine, mit einer Funktion natürlich eine Elementanlage sozusagen, die wir dann am Ende testen wollen. Und wir machen das halt vor jedem Test, damit wir diese Anlage auch wirklich vor jedem Test testen können. Ähm, was wir jetzt also brauchen, ist erstmal ein, ähm, ein Element. Das heißt, const Element, ähm, oder Element ist gleich, ähm, ups, document.createElement. So, das kennt ihr vielleicht. Ähm, und wir bauen uns hier jetzt einfach einen ganz normalen Div. Ähm, einfach ganz, ganz stinklangweilig, sodass wir halt quasi das ganze Ding aufsetzen können, ohne irgendwie uns das Ganze um die Ohren fliegen zu lassen. Anschließend, ähm, setzen wir unserem Element den, ähm, das Attribute, setAttribute und packen hier die ID, also das, was halt quasi wir verändern wollen, die ID, setzen wir auf Link. Und, ähm, bauen uns somit quasi alles zusammen, was wir brauchen. In dem Fall hängen wir es einfach noch unten dran, kurz an den Body angehängt, mit AppendChild. Und, ähm, ja, hier einfach das Element drangehängt. Ich hab's Element genannt. So, und das baut uns erstmal sozusagen ein, ein ganz normales Div-Element innen rein, was wir jetzt auch tatsächlich ansprechen können. Hier, ähm, am besten lasst uns das sogar vielleicht App nennen, dann können wir es hier unterscheiden. So, das machen wir einfach am Anfang. Am Ende, das heißt, nach jedem Test, also AfterEachTest, bauen wir uns das Ganze wieder auseinander, damit wir im nächsten Test wieder von vorne anfangen können. Das heißt, wir grabben uns das Element, also const, ähm, ja, ich sollte vielleicht vorher die Funktion hier noch definieren. Äh, wir grabben uns das Element, Element, und, ähm, zwar aus doc, ups, doc, um, äh, das war nicht geplant. Document.getElementById, und unsere ID haben wir absichtlich auf App gesetzt. Das heißt, wir können uns das jetzt holen und können das dann wieder entfernen. Also, wir können sozusagen alle Elemente von unserem, äh, von unserer App-Komponente entfernen, alle React-Elemente. Das machen wir mit UnmountComponentAtNode. Man muss sich das nicht merken. Wenn man UNM eingibt, gibt's quasi nichts anderes mehr. Ja, und die Node, wo wir das entfernen wollen, quasi, also wo wir alle React-Elemente entfernen wollen, das ist natürlich Element. Und anschließend gehen wir hier einfach her und sagen, wir wollen ganz gerne das Element selbst noch entfernen aus unserem DOM. So, ähm, wir bekommen jetzt hier natürlich noch den Fehler, Sekunde, ich fahr mal drüber, ähm, dass das HTML-Element Null sein könnte. Denn, ja, hier kann natürlich auch einfach rauskommen, ey, es gibt kein Element mit App. Äh, das ist einfach ein kleines Feature von TypeScript, das euch das quasi sagt, eben die Typsicherheit. In unserem Fall ist das relativ unnötig, aber wir packen's hier trotzdem rein. Wenn das Element Null ist, dann Return. So, und ansonsten machen wir einfach hier unten weiter, dann sind wir hier quasi schon fertig. Okay, ähm, das wird hier eigentlich niemals zutreffen, macht aber nix zu, haben wir's abgedeckt. So, ähm, und hier unten wissen wir jetzt eben sicher, dass das nicht nah sein kann. Jetzt können wir die eigentlichen Tests durchführen. Ähm, und beachtet bitte, wir haben hier noch keinerlei React oder sowas gemacht. Wir haben auch noch keinen Link oder sonst irgendwas hier hinzugefügt. Wir testen jetzt erstmal, bauen uns den Test, so wie wir es hier drüben quasi übrigens auch gemacht haben. Wir haben ja hier diese Testfunktion und dann den Namen und dann die Funktion, die das Ganze testet. In unserem Fall bauen wir uns jetzt hier einen Link to, ähm, Coding Challenges, irgendwie sowas. Ähm, und dieses Ding soll bitte auch funktionieren. Das heißt, wir bauen uns hier eine, ähm, so, eine Funktion rein, die das Ganze testen soll. Und wir grabben uns erstmal wieder unser Element. So, dieses Mal nenne ich's wirklich nur LM, weil ich glaube, jetzt wissen wir langsam, was das ist. Und zwar holen wir's uns genau gleich, wie wir's oben uns auch geholt haben. Es gibt's ja auf jeden Fall, weil wir ja hier BeforeEach immer ausführen. Das heißt, wir bauen uns ja diese, diesen App-Container erstmal hier rein. Und das ist ja quasi safe für uns. Ähm, das heißt, wir holen uns die App. Und wir sagen aber hier trotzdem noch direkt, if LM, wenn das null ist, dann, ähm, return. So, dann sind wir hier fertig. Aber LM wird niemals null, beziehungsweise wenn es null wird, können wir hier eigentlich auch ganz gerne einfach, ähm, ähm, expect, ja, ist vielleicht sogar besser, wenn wir das hier rausschmeißen, ähm, expect-to-patronum, ähm, was? Expect-element.not.to-be-null. So, also wir erwarten jetzt einfach, dass das Ding nicht null ist. So, ähm, genau, wenn das Ding null ist, dann ist sowieso irgendwas Furchtbares passiert, dann, ja. Ähm, aber okay, okay, also, wie machen wir weiter? Der nächste Schritt sollte eigentlich immer sein, dass ihr das Ganze rendert und euch angucken könnt, also quasi vorbereiten könnt. Das heißt, wir bauen uns hier mit der Funktion Act, ähm, die wir übrigens importieren können. Äh, da gibt es zwei, ähm, wir nehmen, wir nehmen einfach mal die da oben, genau. Und diese Act-Funktion, die soll im Endeffekt, also die nimmt auch eine Funktion, ups, was zur Hölle, eine Funktion als Parameter, ähm, und ist eigentlich nur dazu da, damit ihr das Ganze hier quasi preparen könnt, damit ihr hier dieses Rendern überhaupt erst richtig machen könnt. Ähm, und wir rendern jetzt hier erstmal was rein, sozusagen, in das Element, das heißt, in Elem rein. Ähm, ja, aber was genau rendern wir? Naja, das ist eben die Komponente, die wir hier testen wollen. So, ähm, also wir rendern das in Element rein. Jetzt ist die Frage natürlich, was für eine Komponente wollen wir testen? Naja, wir bauen uns einen Link, der zu der Webseite, der HTTPS, Doppelpunkt, Slash, Slash, ähm, the-morphos.cc führt mit den, ups, den Children, ähm, ja, kurz stehen. Ja, warum ist der ein Komma? Children ist gleich, go to cc. Also für Coding Challenges. Ähm, so, ähm, und ja, hier haben wir wieder einen geilen Fehler, den werde ich jetzt hier tatsächlich mal ganz kurz ignorieren, Ähm, damit wir hier nicht die ganze Zeit Probleme haben. Und das nächste ist, wir, ähm, ja, was machen wir als nächstes? Nur, um zu zeigen, dass das Ganze mal funktioniert. Wir loggen das Ganze mal ganz kurz in die Konsole und, ähm, sagen hier, wie das Ganze aussieht. Wir bauen uns quasi document, ups, document.body.inner.html. So, wenn wir das jetzt mal testen hier, also den einzelnen Test, ähm, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. So, ähm, wir haben hier die div-id-app, dann haben wir Ende von div, ähm, wir haben div-ah-ref und, ähm, bauen uns quasi hier dieses Coding Challenge Ding hier rein. Okay, ähm, ja, wir können jetzt das hier eigentlich auch wieder rausmachen. Wie gesagt, wir wollen ja eigentlich testen und nicht lesen, das soll ja möglichst automatisch ablaufen und hier mit dem bekannten Expect arbeiten. So, was für ein Expect haben wir denn jetzt hier? Hm, naja, wir haben ja gerade diese Link-Komponente hier erstellt und wir wissen ja, wohin der Link quasi mich leiten soll. Das heißt, ähm, normalerweise möchte ich jetzt hier, ähm, einen, äh, Query, eine Query auslösen. Ähm, so, also, was machen wir? Ähm, wir holen uns erstmal unser, ähm, unser Element-Konst, ähm, Konst-Link. Und zwar von unserem Element Punkt Query Selector. Das heißt, ich führe quasi auf meinem Element, also von dem, von meinem div quasi ausgehend, führe ich eine Suche aus und überprüfe mal, ob da irgendwie was in Ordnung ist oder ob nicht alles in Ordnung ist oder whatever. Ähm, und, äh, ja, Quatsch. Ich möchte natürlich ein A suchen, ähm, was quasi meinem Tag AM sprechen würde. So, ähm, jetzt haben wir hier wieder die schöne, schöne Warnung. Und zwar, das ganze Ding könnte Null sein. Kann es eigentlich nicht, aber das wird hier halt leider nicht erkannt. Das heißt, ähm, wir packen hier einmal ganz kurz rein. If LM gleich gleich Null. Ja, ihr wisst, wie das ist. Ähm, returnen wir einfach hier raus. So, also LM kann hier unten zumindest nicht mehr Null sein. Das heißt, wir führen den Query Selector aus und schon haben wir unseren Link im besten Fall. Ähm, ja, und der Link, der wiederum, ähm, wird jetzt hier erwartet. Also, wir expecten, dass unser Link Punkt, ähm, to have, äh, to have, ähm, Attribute und das wäre dann, ähm, ref, beziehungsweise href. Und zwar, wohin, ähm, wäre im besten Falle auch das wieder. So, jetzt gucken wir mal, ähm, ob das denn erfüllt ist oder nicht. Ähm, und wir lassen ihn mal laufen. So, und das ist definitiv nicht erfüllt. Das ist interessant. Ähm, Sekunde. Ah, das ist Null. Moment. Ähm, gucken wir uns nochmal ganz kurz den Link A an. Äh, print, ups, print link, sorry. Ja, 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 print, ne? Python lässt grüßen, console.log meine ich natürlich. So. Und wo ist mein console.log? Ist halt Null, ne? Ist halt einfach Null. Wir machen den mal ganz kurz raus hier. Ähm, ich würde interessieren, was LM eigentlich ist. LM hat ein Diff-Element und keine Kind-Knoten? Hm. Das ist natürlich ungünstig. Dann scheint hier irgendwas broken zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, das ist einfach leer. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das an diesem TSignore hier liegt. Muss wohl tatsächlich. Okay. Ähm, wir machen das ein bisschen anders. Äh, und schauen mal, ob es damit klappt. React.dom.render. Und schauen uns mal an, ob es damit funktioniert. Vielleicht ist das auch einfach noch... Ja, jetzt geht's. Seht ihr, was ich meine? Jetzt ist der Link drin. Ähm, das heißt, jetzt dürfte mein Expect hier auch nicht mehr failen. Und, ähm, das ist ein bisschen komisch. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, der einfach noch nicht repariert wurde. Ja, okay. Jetzt fehlt auch mein Expect nicht mehr. Ähm, also das heißt, ja, in so einem Fall doof gelaufen sozusagen. Ähm, ich müsste hier eigentlich davon ausgehen, dass die Render-Funktion aus der Testing-Library funktioniert. Aber vielleicht ist die einfach noch nicht up-to-date mit der neuesten Version oder sowas. Ich weiß nicht. Ähm, der TypeScript-Support ist ja generell noch ein bisschen ausbaufähig, sag ich mal. Ähm, wenn ihr dazu schon eine Lösung wisst oder so, dann lasst es mich gerne mal wissen. Ähm, mit normalem JavaScript sollte euch das nicht passieren. Das heißt, wenn ihr hier nicht mit TypeScript, sondern mit, ähm, mit normalem JavaScript schreibt, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ähm, so, aber zur Vollständigkeit, wir können hier natürlich ganzen, ganzen Haufen Zeugs machen. Also, auf den Elementen, die wir hier haben, expect link to, ja. Und da könnt ihr mal gerne durchgucken. Das sind die ganzen, ganzen Tests, die ihr hier machen könnt. Also, to be, äh, to contain element, to contain equal, to contain, to contain HTML, ähm, to have accessible description, okay. Äh, to have been called, to have been called times, ähm, to, was weiß ich was alles. Also, diese ganzen Dinge hier könnt ihr alle überprüfen. Ihr könnt hier wirklich sehr, sehr, sehr viele Testfälle machen. In unserem Fall, das ist ein einfacher Link. Wir wollen hier einfach nur testen, ob der Link auch wirklich da ist und ob das richtig gerendert wird. Und in unserem Fall erscheint das auch zu funktionieren. Okay, ähm, das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich wollte euch eigentlich nur eine kurze Einführung geben, wie man in React eigentlich mit Jest testen kann. Und ja, ähm, das ist, wie gesagt, noch ein bisschen ausbaufähig, aber es läuft auf jeden Fall schon gut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.